Wollny DNA-Test verrät überraschendes, Silvia Wollny erschrocken. Was verrät Silvia Wollny's DNA über Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie? Auf Instagram hat die 59-Jährige wohl mehr Preis gegeben als geplant. Schon vor Wochen hatte Silvia Wollny in ihr Historie eine Firma beworben, bei der man Proben für einen DNA-Test einschicken kann. Bei ihren Follower, ihnen führte das zu Unmut, da ihnen die Kooperation herzlich egal war und sie sich stattdessen eher Inhalte gewünscht hätten, die Einblicke in den Alltag der Großfamilie bieten. Etwas, das vielen Fans derzeit zu kurz kommt, wie unter anderem der folgende Kommentar beweist, die machen immer nur Content, wenn Werbung kommt. Immerhin hielt Silvia Wollny aber Wort und präsentierte ihrer Community nun die Ergebnisse. Punkt die Wollnys, Silvia Wollny teilt Ergebnisse von der DNA-Test. Was kam raus? Dinge wie eine hohe Wahrscheinlichkeit für Spülwahrscheinlich ein Instrument sowie eine niedrige Wahrscheinlichkeit für Markkorianderkraut. Zudem heißt es in Silvia Wollny Auswertung, ihre Erholung der Herzfrequenz sei überdurchschnittlich schnell, ihre Augen heller, ihr Haar eher dünn. Laut der RTL2-Darstellerin fällt alles so aus, wie es von denen beschrieben wurde. Ihr Geburtsgewicht sei unterdurchschnittlich gewesen, erfährt die elffache Mutter noch. Unter dem Punkt Gesichtsrötung nach Alkoholgenuss zeigt der Regler ebenfalls einen erhöhten Wert. Ich habe ganz viele Informationen über meine genetische Veranlagung bekommen und bin wirklich überrascht, wie genau das alles zutrifft, erklärt die 59-Jährige. Doch Fans erfahren noch mehr. Wenig überraschend, in der Kategorie introvertiert oder extrovertiert rangiert Silvia Wollny eher im hinteren Bereich. Ihr wird attestiert, ein absoluter Morgenmensch zu sein, ihr Kaffeekonsum soll recht hoch sein, auch Mittagsschläfchen scheinen bei ihr eher an der Tagesordnung zu stehen als beim Durchschnitt. Unter Abstammungsmix ist dann aufgeführt, dass Silvia Wollnys DNA am meisten mit den fünf Weltregionen deutschsprachige Region Europas, England und Nordwesteuropa, Norwegen, Schweden und Dänemark sowie Norditalien übereinstimme. Was hier so drinnen steht, in den Ergebnissen, bin ich schon irgendwie erschrocken, so Silvia Wollnys Fazit. Warum? Weil es den Tatsachen entspreche.die Wollnys, Trennung von Estefania Wollny und Ali durch Valentinstagsblumenstrauß bestätigt? All dies fehlenden erstes Insta-Stories wiederum, könnte daran liegen, dass sich die junge Frau derzeit in Deutschland aufhält. Doch was jedoch wirklich seltsam ist, Ali fehlt in Liste der Personen, denen der Wollnys-Boss auf Insta folgt, anders als Mama Silvia Wollny, die auf der Social-Media-Plattform nach wie vor mit ihm befreundet ist. Hat sie sich also wirklich von dem gelernten Schweißer getrennt? Ein Inst-Posting anlässlich des Valentinstags scheint nun Entwarnung zu geben, oder die Sachen noch schlimmer zu machen. Dort teilte Estefania Wollny den Schnappschuss eines Rosenstraußes, schrieb Danke dazu und postete ein rotes Herz. Verlinkt war allerdings nicht Ali, sondern Sarah-Fina-Wollny-Punkt hat die große Schwester hier versucht, den Liebeskummer etwas zu mildern und dafür gesorgt, dass Este trotz Trennung am Valentinstag nicht leer ausgeht? Unklar. Liebeskummer bei den Wollnys, wollte Sarah-Fina-Wollny-Schwester Estefania Wollny trösten? Das Lied, das erste für die Story wählte, spricht jedoch auch Bände. Sänger Michael trillert hier die Zeilen hab nur dich in mein Kopf, wegen dir Deep in Love, Melodie, bist mein Song, Paradies, mein Herz klopft, bist mein Valentintine, meine Welt ist so abgefuckt, wie der Gift in mein Double Cup. Aus dem Song auf dem Weg Das klingt nicht gut ausrufezeichen. Punkt ist die Trennung zwischen Estefania Wollny und dem 23-jährigen Ali damit bestätigt? Nein, aber es sieht nicht gut aus. Wir halten euch auf dem Laufenden.